Sie haben ganz langsam gewonnen und was sagt man eben so gesehen nicht? Ich denke, sollte sie diesen Kampf gewinnen, sie ist in der Regel zu viel mitnehmen. Es ist eine Erfahrung für sie, auf jeden Fall. Aber wie in allen Fällen der Kurssegutig, der sie erfindet, ist, dass sie im Gegensatz zum Hockey-Kampf, wo sie ab der 15-16 Runde nachgelassen hat, wie er eigentlich jetzt, ob er den letzten Runden ihrer Akzenten gesetzt hat. Ja, das hat sie ja auch schon gesehen. Da kam es eben nicht und ein Ors in der Schlafabtarsch. Die beiden schätzen, ich denke, es ist nichts. Nein, gar nichts. Ich würde sagen, das hat sie ja gesehen, bei dem Kampf, als Hager eben nicht gebotst hat. Hager Feiner wird nach hinten raus, stark. Und ich denke, da hat sich Susi jetzt auch ein bisschen angepasst. Ich denke, er hat eine Werbung für den Frauenbox-Fort, das war eine Fälle in der Kampf. Sehr gut. Ein bisschen befindet sich die Reaktion von Hager Feiner, die Exklusivität, wie sie in der ersten, der CLF in der vierten Runde hatte. Ja, ich bin mir sicher, es gibt ja auch eine konventionelle Entscheidung. Also, die letzten Runden, die werden jetzt sehr, sehr wichtig sein. Der letzte Eindruck zählt. Das war genau der Zeit. Auf die Hager ist ein paar Mal durchgekommen.